Oh, oh. Du hast ein Problem? Ja, hier, die Küche, aber ich sehe keinen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich bin tot. Diese Zombie-Pigments, die sind aber auch echt richtig böse. Hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Folge mit mir und dem Brainy ist am Start. Ich weiß nicht, was er vorhat, ob er wieder mal eine Runde angeln will. Ah ja, Schlagen mit der Angel hat er vor. Was? Schlagen? Mit seiner fetten, ein bisschen Prollo, ne? Findet ihr nicht auch, dass sie ein bisschen aus dem Proll? Was? Mit seiner goldenen Rüstung. Gar nicht, gar nicht. Ich bin hier nur, ich bin der Beschützer von Schneckwey. Ach so. Deswegen muss man auch dementsprechend gekleidet sein. Aha, so ist das also. Wir haben ja gerade nebenbei, wir haben hier so eine kleine Invasion von Ocelots, oder? Haben wir die nicht immer? Ja, das stimmt. Diese Kackviecher, äh, sind ja ganz schön aufdringlich. Okay, letzte Folge haben wir das, den Dido da, diesen grauen Pokéball da gemacht. Ähm, und zwar den Sportsquid. Und haben damit immer wieder eine Quest entlang erledigt. Ja, jetzt wird's halt umso schwieriger, weil Highway to Hell, wo wir so ein komisches Nessar-Portal finden müssen, im Nessar, oder keine Ahnung, irgendwie so einen komischen Punkt, ist halt kacke. Ja. Das Sludge-Bucket ist auch scheiße. Deshalb ist es echt im Moment ein bisschen schwierig. Das ist scheiße irgendwie, ne? Oder wollen wir in den Nessar gehen? Wollen wir es nochmal probieren? Dann lass uns aber komplett alles ausleeren. Ja, genau. Wir haben ja hier unsere Kisten. Warte, ich hab hier grad noch ein paar Kram. Links ist ja mein, ne? Hat man ja gesagt gehabt. Äh, ja. Ich weiß auch mal. Ja, ja. Mein ist schon voll. Ich muss in die Rechte, eher in die Große nochmal was handeln. Ähm, was nimmst du mit? Nimmst du dein, dein, dein Schwert mit, dein hochgeleveltes? Äh, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich mein, wir haben ja kein anderes. Ja, ich auch. Aber wir haben ja nichts anderes. Ja, das ist ja das Problem. Noch ein Reward-Bag. Was mach ich danach auf? Wir können natürlich auch, ähm... Ne, ja, ne. Ist auch kacke. Oh, mein Auge juckt. Macht halt hier Attack-Damage, so Pickaxe und so weiter, ne? Die wir hier noch drin haben. Ja, aber eine Pickaxe ist ja... Ey. Ähm, ich würde gerne Bogen mitnehmen. Das vier. Wo haben wir dann die Bögen? Wenn, dann oben vielleicht bei Mob-Loot. Da sind noch welche drin. Mach bei Mob-Loot. Na, erstmal Heile machen hier. Die sind ja alle Schrott. Ja, mach die mal Heile. Dann nehmen wir... Dann nimmt jeder sich ein Dings mit. Hier ist noch ein anderes Schwert. Wieso denn? Da sind ja... Nimm ich mal die... Da sind ja zwei noch drin. Guck mal. Ein Stonehammer hat plus vier Attack-Damage. Krass, oder? Ich hab auch schon mit dem Stonehammer. Ich nehm den Stonehammer mit. Und einen Bogen. Hast du einen Bogen? Ja, da ist einer noch drin. Heile gemacht jetzt? Nein. Da ist da noch Heile drin. Ja, aber nur so normale halt, ne? Ja, wir haben ja nur normale. Wir können ja nicht verzaubern. Was hast du jetzt rausgenommen, die? Ich hab die Heile gemacht. Da waren die kaputte Bögen drin. Wenn du die Heile machst, ähm... Keine Ahnung, sie sind halt nicht mehr verzaubert. Ach so, okay. Guck mal. Dann geb ich dir... Vor dir liegen jetzt die... Auf der anderen Seite von den Kisten, also von der... Vom Crafting Table liegt die Dings. Was liegt da? Ähm, Pfeile. Oh ja. Okay, das ist jetzt hier voll. Ja, weil es Schrott ist. Ähm... Oh, meine Pfeile fliegen mal wieder. Und nicht einfach nur so einen Meter vor. Und packen dann rum. So, das nehmen wir mal mit. Müssen wir da... Ne, Facke brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, damit es sich auch überhaupt noch lohnt. Gleich. Hier ist noch so ein Kackknochen, der kann mal eben wegbleiben. Das... Also, ich nehme jetzt... Ich glaube nichts da. Ich lasse mein Schwert auch hier. Wobei, ich nehme was zu essen mit. Nimmst du auch was zu essen mit? Ja, klar. Warte mal. Sechs Attack. Das lasse ich... Das mit. Sollten wir vielleicht einmal mitnehmen? Ja, wegen Lava. Wollen wir eine Pickaxe mitnehmen? Hast du eine Pickaxe dabei? Nee. Ach siehste, ja. Ich möchte aber auch eine mitnehmen. Sollen wir uns eine aus Cobblestone machen gerade? Wieso, wir haben doch hier... Hier ist noch eine drin. Okay. Guck mal, ich habe hier schon wieder deine Pfeile eingesammelt, oder? Nö, das ist Schrott, was ich hier so... Ach so, die Pfeile. Ja, die habe ich noch nicht genommen. Mach nochmal. Da, hinter dir. Da, hinter dir. Ah. Da. Sehr gut. Wo hast du jetzt die beim Gerät shoppen? Die eine Pickaxe? Okay. Pick of... Keine Ahnung. Irgendwas. Okay. Alles klar. Einmal hast du, ja? Wegen... Nein. Solltest du den dann auch mit Wasser füllen? Doch, die hast du. Nein, habe ich nicht. Oder habe ich die alle gegeben? Habe ich die weg... Oh. Hä? Ja, okay, Entschuldigung. Alles klar, die habe ich schon weggetan. Machen wir mit Wasser voll, ja, oder? Ja. Renn ich schnell... Für den Fall der Fälle, würde ich sagen, wäre das besser. Ja. So. Also, dein Aufbau... Ja, wir haben keine Rüstung. Ich habe... Ich habe jetzt keine Rüstung. Jo, ich habe auch nur dreieinhalb Rüstung, also... Achtung, die ist eine Spinne. Ja, kannst du die mal töten? Ich habe sie auf mich gelenkt jetzt. Gruppi. Dann will ich mir mal eben hier... Ist doch noch so eine gammelige Lederrüstung, die gleich eh Schrott ist, aber... Wollen wir uns gleich erst nochmal schlafen legen? Egal, wenn wir im Nether sind. Ja, okay. Alle Haupt dann. Yeah, ich nehm... Ich meine, wenn wir jetzt... Sieht aus, als ob du gleich irgendwie ins Schneegebiet gehen würdest... Und dann da auf Mammutjagd gehst oder so. Mhm. Ich meine, es sei jetzt auch egal, wenn wir jetzt mal sterben sollen. Leben haben wir genug. Sehe ich genauso. Ach, ganzen Ocelots hier mit drin. Hallo. Guck mal, hier ist ein Esel. Ja. Einen. Ah, nein, ich will nicht sehen. Mann, ich... Huch da, danke. Huch. So. Aber, wenn man sieht, ist recht rund hier, ne? Immer nix. Alter, wie krass. Oder gelb, sondern alles direkt rot. Mhm. Kommen wir jetzt irgendwie hier runter oder so? Hat er jetzt irgendwo... Haben wir hier irgendwo ne Treppe? Ne, ne? Doch, ich hatte hier was gebaut. Theoretisch hätte man sich sonst auch hier einfach was hinsetzen können. Ich geh jetzt einfach mal hier in der Quarz, äh, farm. Aber mit der Pickaxe, die ich hab, geht das nicht. Boah, braucht es lang. Geht dein Pickaxe besser? Nö, also für das Quarz brauchst du auch richtig krass lange. Ich glaube, wir müssen mal ne Diamante für die Dings haben. War normales, äh, Dings kannst du auf jeden Fall. Das Silver-Ohr. Was haben wir hier jetzt noch? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir brauchen. Letzter Copper-Ohr. Kannst aber auch alles scheiß abbauen, ne? Ja. Wer läuft da unten rum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich höre ein Zombie-Pigment. Ich frage mich gerade bei dieser einen... Oh, oh. Ist das ein Problem? Ja, hier ist die Küche, aber ich seh keinen. Oh, mein Gott. Oh mein Gott, ich bin tot. Diese Zombie-Pigments, die sind aber auch echt richtig böse. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Weil der mich zweimal gehauen hat und dann war ich weg. Der war so schnell bei mir. Hast du den angegriffen? Ja, der hat mich aber auch angegriffen. Zumindest ist der auf mich los. War der dich zuerst angegriffen? Er hat mich nicht erreicht, weil er erst noch springen musste. Ja, aber dann, äh... Ja, aber er hat dich zuerst angegriffen, oder? Einfach und für sich schon, ja. Ja, weil normal machen die das ja nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich komme mal mit nur einem Schmerz wieder rein. Guck mal, ob du meine Sache vielleicht aufsammeln kannst. Nee, da sind so viele Zombie-Pigments gerade. Aber ich komme mal wieder rein. Ja, und ich bin jetzt bei Nutoka gefangen, mehr oder weniger. Das nervt mich, dass wir bei denen rauskommen. Ich will mal gucken, ob ich meine Sachen nicht irgendwie kriege. Wo bist du denn gespawnt? Zu Hause? Brainy? Ja, warte mal, ich kann mich gerade... Ich kann gerade nicht... Verdammte Kacke! Entschuldigung. Wieso gehst du denn da alleine hin? Ich wollte meine Sachen holen. Okay, ich bin daheim gespawnt, weil ich gestorben bin. Ja, aber wir hätten jetzt zu zweit hingehen sollen. Kannst du bitte mal schreiben, ob die mich aus dem Portal rauslassen? Ich kann hier im Chat nicht schreiben, während ich hier rumbacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde hier überall angriffen. Ja, dann geh doch da jetzt raus. Wieso gehst du da wieder rein? Ich bin doch gar nicht mehr drin. Ich bin daheim. Ach so. Zombie, geh doch mal weg von der Kiste. Ich muss dir mein Schwert rausholen. Komm her. Komm, ich stimme. Jetzt, okay. Ich muss erst mal ins Haus reingehen. Warte mal. Oder hast du dir nicht mal geschrieben? Ich bin jetzt hier irgendwie alleine raus, ja. Angst. Aua. Ich würde hier gerade überall angriffen. Das gibt es ja wohl nicht. Das ist laut. Das geht mir auf den Sack. Wollen wir gucken, ob wir meine Dings nochmal bekommen? Kommst du nochmal mit ins Nether und gucken, ob wir meine Sachen holen können? Naja, wenn wir da von fünf Dingern angegriffen werden. Vielleicht sind die ja jetzt weg. Glaubst du? Einfach nur mal kurz rein und wieder raus. Ohne irgendwas. Ja, du kannst da ja erstmal gucken. Ich komme gleich von hier dann. Okay. Aber nicht alleine hingehen. Jaja, okay. Ich gucke, ich gucke nur. Einfach nur ganz wirklich so Rescue-Aktion. Ohne irgendwas im Inventar. Rein und wieder raus. Ja, ich bin aber hier bei Notuka und ich habe ja eine Sache im Inventar. Ja. Okay, ähm, das sieht so aus, als wäre keiner da. Soll ich es mal riskieren? Ja, dann kann ich auch eben mitkommen. Also ich sehe zumindest keinen. Bin du da? Ja, ja, Moment. Kann auch nicht, nicht so schnell. Ja, rein hin. Kannst aber doch hier runter gehen, richtig. Ja. Gucke, ich sehe keinen. Also auf der Karte ist niemand. Okay, das habe ich, das habe ich. Oh Gott, wir sind auch echt zu nix fähig hier. Jetzt schnell wieder hoch. Richtig krass dunkel da. Also bei mir ist es recht hell. Nee. Yeah, ich habe wieder alles. So gut. Prima. So gut. Das war mal wieder eine prima Aktion. Super, ach so, wenn ich jetzt zurückgehe, komme ich auch wieder. Kommst du raus? Ja, warte, ich komme. Aua. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Behind you. Mach das doch. Du gewartet, dass du wieder da bist. Hey ho, hey ho. Nervt mich tierisch. Was denn? Bin ich zu Hause spawnen und jetzt immer wieder diesen Kackweg zurücklaufen müssen. Du hast doch gesagt, dass da, ähm, boah, es leckt das hier bei denen. Voll krass. Ja, das ist mega. Du hast ja gesagt, dass hier diese, die, die Speech-Dinger sind, oder? Ja, aber das bringt ja auch nicht so wirklich viel. Trotzdem. Ach, jetzt bringt es was. Ui. Alter. Schon geil mit zwei Frames hier entlang zu laufen. Hm. Also ich habe, äh, mehr, aber ich habe, ja, also krasse Einbrüche, ne? Von 50 auf 2. Unter. Also ich muss sagen, das, das Never in Agrarian Skies ist einfach behindert. Einfach nur behindert. Wenn du normal da reingehst, ist es echt, na gut, da ist es schon fast so langweilig, weil es einfach, weil einfach da mal gar nichts passiert. Ja, und solange du halt die Pigments nicht angreifst, ähm, passiert ja echt gar nichts, ne? Du hast schon wieder deinen Umhang um. Echt jetzt? Mhm. Du, selbst wenn du die, äh, angreifst, ist das einfach, äh, super easy. Lächerlich. Ah ja, klar, weil ihr aber auch schon alles habt. Sag ich mal. Also bei mir, weil, bei so wild ist mir schon relativ viel Hamm an, an Rüstung und so. Ja, aber, also großartig verzaubert ist das bei mir auch alles nicht. Bis auf die Waffe. Hm. Mini, 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 mini. Geh weg. Kannst du den bitte töten? Ja, aber wenn du mir da vor der Nase rumläufst, dann, äh. Drecksting, ey. Kleiner Wadenbeißer. Ha, oh ja. So kann man die wohl nennen. Ja, es, äh, war super Aktion. Hab mal wieder zwei Köpfe. Ganz toll. Prima Aktion. Ich bin uneinholbar. Ja, was hat uns das Ganze jetzt gebracht? Nix. Hm. Ganz genau nichts. Nervig. Dass ich jetzt hier sechs Köpfe an der Wand hab und du nur zwei. Das hat uns das gebracht. Ja. Ach, was mach ich denn hier? Super Brainy, ja, das ist ganz toll. Ach Mann, ey. Aber, ja. Ich hab schon damit gerechnet eigentlich zu sterben, aber dass du gleich zweimal stirbst. Ja, ja, ja. Einmal wohl eher wegen Dummheit, weil ich einfach nur mal blind reingelaufen bin. Ohne abzuwarten, dass der Pikmin wegläuft oder so. Ja. Gut. Ich stell mich mal so hin, dass ich mir in die Augen gucken kann. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Für diese Nether-Runde. Und... Für diese Reinfall-Runde. Reinfall-Runde, genau. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.